ok und jetzt müssen wir... ah ok das geht... ja ist klar so wow shit oh oh gott das kann es werden, das kann es werden jetzt weiß ich auch warum wir klettern müssen oh dammit, Lara bei dich bei dich kein problem jawoll das ist schon mal kein gutes Zeichen wahrscheinlich haben die den mitgenommen hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt keine Sorge, wir kommen schon von hier weg hoffentlich habt ihr was von Sam gehört? ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast das klingt gar nicht gut hey, keine Sorge, sie macht sicher nur... äh... ne Besichtigung natürlich das ist ein schlechter Lügner, Alex ihr müsst da drin vorsichtig sein viel Glück ne Besichtigung mit ähm dem guten ja ich hab schon wieder seinen Namen vergessen aber egal scheinbar ist das auf jeden Fall kein wirklich äh... ja guter ich zeige mal wieder mein Talent im Ausdrücken oh Gott das äh... ja war jetzt nicht gewollt zweideutig oh wie cool das hier aussieht mit den ganzen Statuen hoho diese Ruinen sind älter als die Kofunperiode aber natürlich eine Pilgerfahrt wow hoho nicht schlecht eine Königin Himiko ah die Statuen sind richtig komisch aus irgendwie mit dem offenen Mund und den Augen okay, what the fuck unglaublich ähm oh mein Gott was oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit what the fuck das sitzen die Oniwächter oh hoho ach du scheiße ach wir wurden einfach zu den Leichen wir wurden einfach zu den Leichen aufgehangen okay die sahen natürlich auch mal anders aus aber holy shit okay ganz schnell weg das waren wohl die Ureinwohner jawoll jawoll komm 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 oh hoho auch auach auach oh nein oder was gehts hier vor das arme Funkgerät Okay, der erinnert jetzt gerade ein bisschen An den Pyramid Head Ja, das Klar, das erinnert ja mal üblich an den Pyramid Head Wenn ich weiß, woher der Pyramid Head kommt Der kommt aus Silent Hill Ja, lecker Kopf, ne? Haha Sehr gut Stellt euch mal vor, jetzt würde er einfach so ein Skelett Aufstehen und Ja, Moin sagen, ne? Das wäre ein bisschen komisch Aber noch ein bisschen Ja, okay, woher kommen denn Wo kommen die ganzen Überreste? Oh ja, wunderbar Oh, shit, wer liegt da denn? Klos an der Schlucht Holy shit Okay, das ist wirklich abartig Boah, dieser Lichteinwurf, wie geil Oh Hoffentlich funktioniert das Ne doppelläufige, oder? Naja, einfach eine Schlusswünsche Sie suchen nach mir Tja Sie werden finden, was sie wollen, aber Das, was sie wollen, wird sie töten Ich hasse Gräber Oh ja, das glaube ich dir Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko Die erste Sonnenkönigin Das ist Yamatai Du bist wirklich hier Und wirklich, wirklich tot Das ist unglaublich Das sieht aus wie ein Feuerritual Ein Opferritual Ein Opferritual Schrecklich Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise Eine Pilgerfahrt nach... Ist das dieses Kloster? Wasser eingießen Und da bist du Königin Moment Da wird kein Wasser eingegossen Sondern Macht übertragen Das ist ein Aufstiegsritual Die Wahl deiner Nachfolgerin Oh, wunderbar Ah, verdammt Merken die eigentlich nicht selbst Dass es total dämlich ist, was sie machen? Ich hab den scheiß Pumpgun Und die rennen mit irgendwelchen Macheten auf mich los Eben, er hat was daraus gelernt Das war ja wirklich Eine krasse Herausforderung So, noch von dir Und noch von dir Und du noch Und woher müssen wir denn jetzt? Ich nehme an Äh Äh Ah, okay, da lang Oh, da kommt noch mehr What the fuck Ah, wir müssen einfach das Tor aufmachen Okay Na Rein mit dir Gute Idee Haha Tja Ähm Bad luck, Brian Okay Ich würde mal sagen, wenn du was für Kämpfer Auch wenn wir ja im letzten Also den letzten Fähigkeitspunkt Schon für Ähm Die Kämpfer Upgrades aufgegeben haben Was haben wir hier noch? Schönes Schmutzige Tricks Äh, 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 äh Werden sie ihren Feinden Steinen und Dreck ins Gesicht Um sie anfällig für ihre Angriffe zu machen Achsiebe Okay, das können wir noch nicht Moment Ist es jetzt egal? Äh In welchem Bereich wir das machen? Ich denke schon Also Weil links ja steht meistens Eine weitere Fähigkeit Oben Rang 2 freizuschalten Abgeertet Okay Da können wir nichts mehr machen Da können wir noch einiges machen Mh, mh Verbessertes Bergen Knochensammler Blündern sie Blablabla Kadaver Ja klar Das haben wir auch schon Überlebenskunst Sammeln sie zusätzliche Belündungen Beim Blündern von Tierkadavern Und Lebensmittel Truhne So Verbessertes Bergen Sehr schön Oh Neuen Fähigkeitsreingeschaltet Glückwunsch Ein neuer Fähigkeitsrang wurde freigeschaltet Lara ist nun abgeertet Und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen Sehr schön Darauf habe ich gewartet Drücken sie Y In der Nähe von Feinden Um diese mit der Axt anzugreifen Attackieren sie Feinde mehrmals Und Äh Um sie zu betäuben Okay Dass man sie nur betäuben kann Ist ein bisschen Öde Ich mein Das ist ihnen eine Scharfe Axt Jawoll Das bringt hier aber noch recht wenig Mit der Schrotflinte müsste es gehen BAM Holy shit Okay Okay Dang it OMG Alter Schwede Den Widerstand muss man erstmal leisten Was für ein abnormaler Wind Okay Oh shit Woah Lara Fuck Aber jetzt Das war ja alles andere als gewollt Okay Ähm Moment Können wir uns da einhaken Ich denke schon Ah jawoll Verdammt Was Verdammt Oh shit Ja Halt noch mehr raus Oh fuck Okay okay Ich sollte es lassen Ich sollte es So was mal lassen Autsch Oh Ich hab auf die falsche Tasse Äh Ich hab auf die falsche Tasse gedrückt Ach Wisst du was Ich hab auf die falsche Tasse Waren frisst du mich Beif��� Geht doch So, und wieder zum Bogen Ja, ich spiele gerade relativ wenig mit dem Bogen Wow Haha Liegt ganz einfach an den ganzen Gegnern Weil die einfach zu schnell rennen Wie gerade eben schon, ne? Ja Und weil ich so schlecht im Zielen bin Hm Na, verdammt Ja, es geht nicht Also müssen wir das hier machen Na, verdammt Boah, ich drücke immer daneben Und Ja, das war ja mal gar nichts Ähm Ja, ich sehe schon Ah, natürlich Natürlich, natürlich Okay Oh, was haben wir hier? Ah, na klar, mit dem Wind Oh, shit Ähm Obwohl, ich hab ne Idee Ja Äh Gehen wir das hin? Moment Jawohl, und jetzt Bam Haha Haha, sehr schön Was? Das ist doch gar nicht ganz kaputt Und nochmal Na, das war ein bisschen zu weit links Oder zählt er schon als kaputt Ja, sag mal Ist gut jetzt Äh Machen wir einfach mal das Zu Und das hier auf Jawohl Darum sorgt ihr euch gerade Holy shit Wow Wow, 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 wow Ausch Hier sind aber leichte Ziele Ja, okay Ähm Ich bin gerade ein bisschen verwirrt Ähm Ich mein Ist klar, die muss runterfallen Oder sonst was Aber Wie? Ich bin gerade ein bisschen Ich bin gerade ein bisschen Vielen Dank.